Laura Maria Rüpper, oben ohne. Sexy sie ihren Babybauch in Szene. Im Februar werden Laura Maria Rüpper, 27, und Pietro Lombardi, 30, Eltern eines Sohnes. Um sich die Wartezeit zu verkürzen, versorgt die Podcasterin ihre Fans regelmäßig mit Schwangerschafts-Updates auf Instagram. Ihr jüngstes Posting sorgt für mächtig Aufmerksamkeit bei den User, innen, denn Laura Maria zeigt sich hüllenlos. Auf dem Foto bedeckt lediglich ein blaues Tuch die Hüften der werdenden Mutter, oben trägt sie nichts. Ihren Busen schützt die Influencerin mit ihren armen 9 Monate Vorbereitung. Um sich für ein Leben lang zu verlieben, schreibt sie zu dem Foto, das im Rahmen eines Fotoshootings entstanden ist. Fotografin Sahara Niba setzte die Schwangere in Szene. Die Fans sind geteilter Meinung. Während die einen die Aufnahmen wunderschön finden, hätten andere sich gewünscht. Laura Maria hätte solchen intimen Aufnahmen für sich behalten. Claudia Obert, 61, schwebt mit ihrem Freund Max Suhr, 24, seit diesem Sommer im siebten Himmel. Nun haben die beiden ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest gefeiert. Ein Verlobungsring habe zwar nicht unter dem Christbaum gelegen. Doch das Paar habe konkrete Absichten, im nächsten Jahr zu heiraten. Wir wünschen uns viel Liebe, Gesundheit und 10 Mio Euro im Lotto. Mein Plan für 2023, Max heiraten und Kinder adoptieren. Sagt die reelle DTV-Ikone gegenüber Bild. Die Hochzeit haben wir fest eingeplant, ergänzt Max und verrät, dass er bereits einen Ring habe. Ihn seiner Liebsten allerdings noch nicht präsentiert habe. Wir träumen von einer Hochzeit in Norddeutschland und Flitterwochen auf den Malediven. Auch die Adoption eines Kindes mit Claudia ist ein Lebenstraum von mir, fügt der Webdesigner hinzu. Sie haben News verpasst. Jetzt hier die Pro-Minus der vergangenen Woche nachlesen. Verwendete Quelle, Bilde, Instagram.com Verwendete Quelle, Bilde, Instagram.com